Moin seh ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Enderrade. Es wird hier langsam Tag. Wir sind immer noch dabei mit Jasper nach Ark zu laufen und sind extra nachts losgegangen, damit uns die ganzen Vagabunden nicht finden oder entdecken. Hat leider nicht so gut funktioniert. Da waren dann doch ein paar, die meinten, Alter, ich hau die mal auf die Fresse. Nicht zu wenig auch gerade. Da war richtig, richtig was los. Und ich würde sagen, wir looten die dann jetzt mal auch eben noch, wenn wir die schon gerade alle so hart verprügelt haben. Guten Tag. Wo ist denn der mit dem Claymore? Hier war doch dieser kleine Dödel, der einfach mal so einen riesigen Claymore schwang. Der war wirklich, ehrlich, Hashtag-Regel-Talk mäßig ein bisschen zu klein für seine Waffe. Sah eigentlich ein bisschen niedlich aus. Und der kleine Bengel mit diesem riesigen Zweihänder-Darm rum hantieren. Das war schon witzig. So. Wir sammeln mal wieder ein. Hier gibt es so ein Pod. Oh, ja, schieb mich wieder durch die Gegend, dass ich irgendeinen Kack einsammle, den ich nicht wollte. Ist in Ordnung. Erstmal, ich komme hier jetzt nicht mehr raus, ne? Ohne Spaß. Geh mal weg da. Du musst mir nicht in das ganze Gegröße folgen. Es reicht, wenn du da bist. Kohle. Oh, wieso nicht? Sonst scheint hier jetzt nichts wertvolles. Hier unten ist nix. Geht es noch weiter hoch in den Turm? Mehr hoch? Doch, hier geht es noch hoch. Das erinnert schon stark ans Skyrim, ne? Wo müssen wir denn hin? Das ist die falsche Richtung. Das würde uns wahrscheinlich hier rüber bringen. Aber schön ist trotzdem. Jetzt können wir gerade noch gucken, ob wir noch was wertvolles ist. Hier sind auf jeden Fall ein paar Betten. Und jetzt habe ich eine leere Weinflasche eingesammelt. Auch nicht schlecht. Rolle. Oh, Junge. Jasper, das ist echt nervig mit dir. Ich kann hier gar nicht in Ruhe irgendwie rumeiern. Weil du mich die ganze Zeit durch die Gegend schiebst. Wie so ein Dödel. Du hast noch eine Kiste. Oh, Lehrling. Das kriegen wir wohl hin. So. Ne? Ja. Ja, sag ich doch. Meister hat wohl die mal Sorgen. Ein paar Enderrela-Groschen. Ein Zauberbuch. Ein bisschen Geld. Kartoffelkohlsuppe. Gönnung. Lehrbuch. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Es ist hier noch ein Groschenbeutel versteckt, ne? Ja, ja, ja. Hier der Strohbein. Das glaubt ihr auch, dass ich das nicht sehe, ne? Ja, da. Falsch geht der. Der Fuchs passt hier ganz gründlich auf. Guck mal, hier haben sie neu gebaut. Das gab's im Original nicht. Was ist das denn hier? Bericht eines unbekannten Reisenden und ein Jagdlangbogen. Juck, läuf mal ein Rennen in die Figur. Was schreibt ihr denn? Wir schreiben das Jahr 4023 nach Sternenfall. Am fünften Tag des Fundaments stach unsere Gruppe aus Kundschaftern an der Küste Enderals in See. Wir sind die Elite. Diejenigen, die den Geist der alten Versallen in ihrem Willen vereinen. Unser Land mit neuen Entdeckungen voranzubringen. Hinaus segeln wir ins Ungewisse. In das größte Abenteuer und die gleichzeitig größte Herausforderung, der wir uns jemals zu stellen hatten. Um diesen ersten kurzen Eintrag abzuschließen, möchte ich mein Lieblingszitat aus den Schriften des großen Vorreiters der Entdeckungen Rufus Emmenbrand aus dem Dienst des Adligen Malmarag anführen. Wir sind nur so groß wie die Enthüllungen, die wir der Welt hinterlassen. Dies soll der Leitspruch dieser Reise sein. Er soll uns Mut verleihen, uns ein Ansporn sein und uns gemeinsam mit dem Segen von Malfas über die weiten Ozeane geleiten. Erste Ernte, siebter Tag im Jahr 4023 nach Sternfall. Die See geht stürmisch. Meter hohe Wellen schwappen über den Bug und bedecken die Holzplanken. Eiskalt ist das Wasser und nagt an den Knochen der Seemänner. Deren Kleidung es, genau wie die unsere, mühelos durchdringt. Drei Monate befinden wir uns nun auf offener See. Und dies ist der schlimmste aller bisherigen Tage. Unsere Gruppe aus Kundschaftern 5 an der Zahl wird von Sarek Dal Munir angeführt. Er leitet die Expedition in ein bislang wenig erforschtes Gebiet. Inseln im vergangenen Meer, ohne Namen, ohne Form auf einer Karte. Ihre Existenz ist nicht einmal erwiesen. Nur Berichte von Wilden gab es, die Fischerdörfer plünderten und dann in diese Richtung des Meeres verschwanden. Wir brachen auf für Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Sollten wir eine Entdeckung machen und das Heimatland wieder erreichen, winkt jedem von uns eine satte Belohnung. Aber warum? Wer gibt euch denn Geld dafür, irgendwelche Inseln zu entdecken, die nachher keine Sau mehr interessieren? Wenn nicht, nun dann gibt es ein paar verschollene Meer auf dieser Welt. Wenn außer uns, ne wen außer uns, würde das am Ende des Tages kümmern. Der Kapitän verkriecht sich in seiner Kajüte, während es um unser Schiff in diesem Sturm immer schlechter bestellt ist. Die Matrosen werden müde, dabei ist lange kein Land und keine Rettung in Sicht. Uns bleiben nur Gebete. Vielleicht erreichen wir unser Ziel niemals. Vielleicht doch. Die Gewalt der Natur können wir nicht beeinflussen. Heute Abend saßen wir eng gedrängt mit den Seemännern beisammen. Wir tauschten Geschichten über die Heimat aus und tranken, bis das Rauschen des Sturms zu einem wohligen Geräusch verklang. Und wir sprachen über unsere Gefährten, wobei die meisten Seebären nur von käuflichen Bekanntschaften in den Hafentavernen zu berichten wussten. Unsere Gedanken galten eher unseren warmen Betten und den Gefährten, die darin hoffentlich sehnlich auf unsere Heimkehr warteten. Eine der Matrosen zeigte mir die außerordentliche Menge an Waffen, die sie auf dem Schiff mitführten. Die Besetzung soll unserem Schutz dienen. Es fühlt sich gut an, kampferprobte Männer an unserer Seite zu wissen, wo doch unklar ist, welche Wahrheit über ein wildes Volk aus Barbaren, das dort lauert, in den Geschichten der Fischer steckt. Wir wissen, dass unsere Überlebenschancen bei den drohenden Gefahren nicht hochstehen. Erste Ernte, 10. Tag im Jahr 4023 nach Sternfall. Die Laune der Männer an Bord ist miserabel. Diese Gewässer sind verflucht. Selbst die Luft scheint zum Atmen zu schwer, zu vergiftet. Wie Öl hat sich die Seuche der Magie, das Zeugnis der großen Kriege als dickflüssige Schicht auf der Wasseroberfläche festgesetzt. Sie ist beinahe greifbar. Den Sturm haben wir überlebt. Er zog am Morgen endlich ab und gewährte uns Frieden. Kalter Wind blieb zwar, doch das Schlimmsten hatten wir hinter uns. Nach Sonnenaufgang rief uns der Kapitän zu sich auf... Deck. Felsige Umrisse zeichneten sich am Horizont ab. Das Ziel unserer Reise ist nun nicht mehr fern. Ohne Zweifel muss es sich bei unserer Entdeckung um die fremden Inseln handeln. Sie sind umrandet von schroffen, spitzkantigen Felsklippen. Ungastlich ragen die Steine über das Meer und heraus hervor. Die See vor der ersten Insel ist gespickt mit vielen kleineren Eilanden. Die Speeren gleich aus dem Wasser schießen. Die Skarak nennen die Fischer die Insel. In ihrem Sprachgebrauch ist es das Wort für Knochen. Bis wir einen geeigneten Anlageplatz fanden, an dem das Land flach genug war, dauerte es einen halben Tag. Soweit wir es überblicken können, handelt es sich bei der Anzahl der Landmasse um drei oder vier größere und viele kleine Inseln. Ganz sicher können wir das aber erst sagen, wenn wir sie näher erkundet haben. Die Vegetation besteht aus kümmerlichen Flechten und vertrockneten Büschen. Bäume gibt es weiter und breit keine. Staubig und felsig sind diese Lande und laden nicht ein, lange auf ihn zu verweilen. Nachdem wir die nähere Umgebung erkundet und Brennmaterial zusammengesucht hatten, errichteten wir ein erstes Lager für die Nacht. Ich fühle mich nicht wohl. Seit unserer Ankunft habe ich das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Zu sehen ist bisher jedoch niemand. Kein Mensch, kein Tier, bis auf größere kriechende Insekten mit vielen Beinen, die den Erdboden bewohnen. Morgen, so sagte Sarek, würden wir eine Expedition zur Inselmitte vornehmen. Mich graut es vor dem, was wir möglicherweise finden könnten. Erste Ernte, elfter Tag im Jahr, 423 nach Sternfall. Devin und Trevor teilten sich die Nachtwache. Sie berichteten nichts Außergewöhnliches bemerkt zu haben. Zusammen mit den bewaffneten Seemännern sattelten wir unsere Reisesäcke sowie Proviant auf und machten uns auf den Weg zum Herz der Insel, wo ein hoher Berg auf uns wartete. Sarek will von dort oben die Landschaft ausspähen und erhofft sich einen guten Ausblick, um eine erste Skizze für eine Karte der Insel anfertigen zu können. Gerade machten wir einen längeren Rast und mir bleibt Zeit, einiges zu dokumentieren. Der Marsch bis zur ersten Pause war lang. Das kantige Land erschwerte uns mit seinen Spalten und Klüften auf den Weg. Wo der Boden nicht felsig ist, ist er stattdessen sandig und steinig. Während der ersten kurzen Ruhepause musste der gesamte Trupp seine Stiefel leeren, aus denen dutzende kleine Steine kullerten. Immer noch gibt es keine Anzeichen für menschliches Leben auf der Insel, auf der wir uns befinden. Möglicherweise haben sich die Fischer in der Richtung getäuscht, in die sie ihre Angreifer segeln sahen. Doch waren die Berichte zu zahlreich, als dass wir das glauben können. Die Seemänner sind stets in Alarmbereitschaft, in Erwartung einer Gefahr. Nur einer, Wart, nimmt die ganze Expedition nicht sehr ernst. Er lässt keine Gelegenheit aus, deutlich zu machen, dass er nur lieber in einem belebten Hafen wäre, eine Frau oder gar zwei. Auf seinem Schoß und eine Flasche Schnaps an den Lippen. Ja, wer hätte das jetzt nicht gerne? Ständig reißt er unangebrachte Witze über seine Leute und uns. Wenn es ein Mitglied der Gruppe auf irgendeine erdenkliche Art und Weise dahin raffen sollte, dann zuallererst ihn, damit ihm die Sprüche endlich im Halse stecken bleiben. Das ist aber nicht sehr nett. In einem Punkt seiner Nörgelei hat er jedoch recht. Es gibt kaum Gelegenheit für Verstecke, die einen Überraschungsangriff auf uns ermöglichen. Wenn man sich an uns anschleichen will, würde man schon aus der Erde selbst kommen müssen. Ich für meinen Teil habe die Paranoia noch nicht abgelegt, dass jeder unserer Schritte beobachtet wird. Ich bleibe wachsam und bin auf das Schlimmste gefasst. Sariks Tatendrang ist ein wahrer Segen für uns. Er reißt mit seiner Euphorie die gesamte Gruppe mit. Ohne einen Mann wie ihn wären wir nie so weit gekommen. Ich hoffe, die Schrift wird krakelig und endet abrupt. Erste Ernte, 13. Tag im Jahr, 4.023 nach Sternfall. Sie haben uns geholt. Die Wilden haben uns geholt. Es geschah urplötzlich, während wir unsere Kräfte sammelten. Wart hatte sein kleines Geschäft abseits des Rastplatzes verrichtetet. Verrichtet? Ne, was? Abseits? Nochmal von vorne. Wart hatte sein kleines Geschäft abseits des Rastplatzes verrichtetet. Das ist nicht so ganz richtig. Aus seiner Richtung war ein erster Schrei erklungen. Mehrere spärlich bekleidete Krieger und Kriegerinnen mit Speeren bewaffnet hatten sich auf ihn gestürzt. Sein Seemannsbrüder waren ihm zu Hilfe geeilt und hatten die Angreifer geschlachtet. Ehe wir uns versehen konnten, hatten sich vom Steinboden ein Dutzend weiterer erhoben und waren von hinten auf uns losgestürmt. Und bemalt, grau wie der Sand und der Fels, hatten sie auf der Erde ausgeharrt, wohl auf eine Beute wartend. Wir sind direkt in ihre Falle getappt. Den Seemännern, die ihresgleichen getötet hatten, schnitten sie auf der Stelle die Kehle durch und skalpierten sie. Uns andere nahmen sie als Gefangene und haben uns in ihr Dorf gebracht. Knochen, überall sind sie hier. Die Hütten bestehen aus ihnen. Die Menschen tragen sie an ihren Körpern. Sie liegen auf dem Boden, verstreut wie gewöhnliche Steine. Die Wilden hüpften wie verrückt um uns herum, johlten und tanzten. Wir wurden einer Frau vorgeführt, die offenbar ihr Oberhaupt ist. Sie sitzt die meiste Zeit auf einem Knochenthron, der sich in der Mitte des Dorfes auf einem Platz mit einer großen Feuerstelle befindet. Diese Frau sieht fürchterlich aus. Ihr Haar ist rot und zaus. Ihre Augen glühen wie Feuer. Aber ihre Haut ist fast schneeweiß. Ich habe noch nie einen solchen Menschen gesehen. Eine Kreatur, die nicht von dieser Welt sein kann. Sie gab ihren Untertanen in einer grässlichen Sprache aus knackenden Lauten und nur wenigen verständlichen Silben Befehle. Daraufhin wurden wir gefangen, in eine Hütte gebracht und unter Bewachung gestellt. Gelegentlich bringt man uns trübes Wasser und einen Brei, der mich an Haferbrei erinnerte, aber viel schleimiger ist. Bei einigen meiner Mitstreitern ruft er Bauchkrämpfe hervor. Tagebuch, Schreibfeder und Tittenfass haben sie mir gelassen. Auch gefesselt haben sie uns nicht, die wir keine der ihren Angriffen oder getötet haben. Sie bewachen uns nur und achten darauf, dass wir nicht miteinander sprechen. Wahrlich sind diese Wilden, sind dies Wilde. Ihre Augen funkeln gefährlicher als die einer kiranischen Raubkatze. Ihr Haar ist sehr ungepflegt. Sie tragen darin meist Schmuck, Haarreifen und Spangen aus Knochen. Große Ohrringe sind bei Frauen und Männern gleichermaßen beliebt. Sie gewanden sich in Tuch, doch sehr spärlich. Hauptsächlich um die Lenden herum. Die Frauen laufen freizügig durch das Dorf mit teils entblößter Brust. Ja, siehst du, da hängen die Eumel raus. Die Gesichter der Wilden sind von Bemalungen unterschiedlichster Formen und Farben bedeckt. Bei manchen sind sie größer, bei anderen kleiner. Sie kennen keinen Pfad, sind wegelose Geschöpfe. Ich war mir fast sicher, dass sie uns auf der Stelle töten würden. Im Moment behandeln sie uns besser als gewöhnliche Gefangene, doch kann der Schein auch trügen. Womöglich wollen sie uns in Sicherheit wiegen. Ich weiß nicht, was sie gedenken mit uns Verbliebenen zu tun. Aber ich fürchte mich vor ihnen, mir bleibt nicht viel Zeit zu schreiben. Sie haben wachsame Augen. Erste Ernte, 19er Tag im Jahr, 423 nach Sternfall. Tagsüber holen uns die Wachen auf den Dorfplatz heraus. Ich konnte mir die Umgebung genauer ansehen. Wir befinden uns in einem kleinen, zerklüfteten Tal, umgeben von hohen Felsen. Ich kann kein Muster in den Tagesabläufen der Wilden erkennen. Sie gehen scheinbar unkontrolliert und sittenlos ihren Gelüsten nach. Oft kommt es vor, dass Mann und Frau es vor versammelter Gemeinde miteinander treiben. Etwas wie Schamgefühl scheint es hier nicht zu geben. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die Sgaraks, wie ich sie nun nennen will, schlitzartige Augen besitzen. Die enger sind als gewöhnlich. Zusätzlich dazu sind ihre Wangenknochen ausgeprägter. Anhand ihres Oberhaupts kann ich feststellen, dass Frauen der gleiche gesellschaftliche Wert wie Männern zukommt, wenn nicht gar ein höherer. Bisweilen sah ich ihre Frauen sogar jagen, während die Männer sich um das Dorf und häusliche Arbeiten kümmerten. Körperlich können wir kaum über Leiden klagen. Meine Kameraden Devin hat sich während des Angriffs eine böse Schnittwunde zugezogen. Sie hat sich entzündet, doch ich glaube, er wird durchkommen. Sollten die Wilden nicht gedenken, uns vorher zu töten. Erste Ernte, 22. Tag im Jahr 4023 nach Sternfall. Heute haben die Sgaraks einen der Seemänner, dessen Name ich nicht kannte, mit sich genommen. Es waren nur zwei Männer, die kamen, um ihn zu verschleppen. Beide trugen unheimliche Knochenmasken ohne Seeschlitze für ihre Augen. Ich vermute, sie seien blind. Doch verhielten sie sich, als könnten sie dennoch alles sehen. Während ihre Masken nicht gewesen, hätte man glauben können, sie hätten ihr Augenlicht niemals verloren. Unter großem Protest unserer Kameraden brachten sie ihnen eine Höhle am Dorfrand. Ich möchte mir nicht ausmalen, was dem armen Mann in dem schwarzen Erdschlund zugestoßen sein muss. Meine Gedanken kreisen um finstere, blutige Rituale. Rituale. Ich versuche sie so gut es geht zu verdrängen. Ich wünsche mir nichts mehr, als diesem Albtraum zu entfliehen, dieser rasselnden Knochenverdammnis. Bisher hörte ich die Wilden kein einziges Wort Inal sprechen. Sie können demnach noch keinen Kontakt mit unseren zivilisierten Welt gehabt haben. Wir sind die Ersten, die dieses Land von außerhalb betreten haben. Das verleiht unserer Entdeckung reichlich Glanz, doch bezweifle ich, dass je jemand erfahren wird, dass uns diese Leistung zuzuschreiben ist. Sternensommernacht, 20. Tag im Jahr 4023 nach Sternfall. Das Jahr neigt sich dem Ende. Immer wieder suchen sie sich willkürlich einen von uns aus und bringen ihn in die dunkle Höhle. Danach kommen nur die beiden blinden Wachen wieder heraus. Die Opfer, die sie mit sich nahmen, nicht. Am Anfang der Gefangenschaft waren wir 13, 4 Männer meiner Gruppe, der Rest die verbliebenen Besatzung des Schiffs. Mittlerweile sind wir nur noch zu siebt. Sarek war gestern an der Reihe gewesen und hatte seinen Gang in die Höhle antreten müssen. Ich weiß nicht, ob sie uns dort nach und nach töten. Im Schlaf verfolgen mich Träume, in denen ich sehe, was sich in dieser Höhle ereignet. Ich sehe meine Kameraden, sehe sie an Stricken hängen, sehe ihre abgeschlagenen Köpfe zu Füßen eines blinden Skarak-Hänkers liegen. Meine einzige Waffe gegen die Angst, die mich allmählich zu übermannen droht, ist mein kühler Verstand, der sich der Belastung noch nicht gebeugt hat. Sollte er mich auch noch im Stich lassen, dann gnade mir der gütige Malfas. Manchmal sprechen sie in ihrer Sprache zu uns, doch wir können nicht antworten. Es hört sich stets an wie wütendes Gekreische, wenn sie mit ihren harten Lauten um sich werfen. Ich habe dennoch das Gefühl, dass sie uns damit etwas Bestimmtes mitteilen wollen, dass sie sich verständigen wollen. Es ist kein sinnloses Gebrüll. Der Aufbruch, zweiter Tag im Jahr 4023 nach Sternfall. Mann, ist das eine lange Geschichte, Mann! Wir sind nur noch fünf. Zwei weitere wurden in die Höhle gebracht. Doch die Häufigkeit dieser Verschleppung hat sich neuerdings wieder verringert. Die Skarax nutzen uns nun teilweise als ihre Sklaven. Wir arbeiten zusammen mit ihnen auf ihren Feldern außerhalb der Dorfgrenzen. Sie graben tiefe Erdlöcher, um an besonderen Wurzelknäulen zu gelangen, die sie als Nahrung nutzen. Aus ihnen wird auch der Brei hergestellt, den man uns zu essen gibt. Unsere Arbeit ist es, die Löcher mit ihnen zusammen auszuheben. Aufseher mit Knüppeln wachen dabei über uns. Wenn sie bemerken, dass wir Anstalten machen, zu fliehen oder zu faulenzen, verteilen sie Hiebe. Heute ist im Dorf ein Tumult losgebrochen. Zwei Skarax-Krieger waren heimgekehrt und hatten dem Oberhaupt einen tätowierten Skalb vor die Füße geworfen. Ja, Han! Daraufhin ist sie in hasserfülltes Geschnatter ausgebrochen und hat wütend herumgeschrien. Der gesamte Stamm hat sich um das Feuer herum zusammengescharrt. Sie haben sich bemalt und bewaffnet. Mann wie Frau in einer größeren Gruppe zogen sie aus. Ich glaube, sie wollen etwas bekämpfen. Gibt es auf diesen Inseln noch ein weiteres Volk, mit dem dieser Stamm verfeindet sein könnte? Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Okay, das war die Geschichte. Tatsächlich. Das hat jetzt ganz schön lang gedauert, aber na gut. Ihr habt den Horn krägen gehört. Wir machen dann jetzt hier an dieser Stelle so einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bitte Däumenlein da. Kommentare und Feedback natürlich will man gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, dann im nächsten Port wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017